Und ich rede auch gerne einfach über vegane Ernährung. Deswegen bin ich auch hier im Podcast bei dir. Immer wenn ich was Neues ausprobiere und teile es auch mit der Community. Und natürlich wird auch immer gefragt, was hast du heute so gegessen. Es ist ja wie, in den Stream bei mir reinzukommen. Es ist wie, abends irgendwie so ein bisschen zur Family nach Hause zu kommen. Da wird gefragt, hast du heute auch gut gegessen? Wieso? Weshalb? Vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Der Podcast von Gordon Prox.